hier sind wir wieder beim kunstautomaten diesmal im galeriecafé matschke in potsdam der kleinste kunstautomat der welt was hat er eine einzelne parkung pass ein ist natürlich überhaupt nicht vorbereitet aber ihr wisst ja sie machen da mittlerweile 450 künstler mit jeden tag ein paar künstler mehr wir haben ein kunstwerk was tierartiges fast schon eine tanzende frau mit der maske in landschaft von wem ist es das ist von jean van dyck auch in potsdam eine regionale kunstlerin und noch dazu gibt es immer einen beipackzettel wo auch noch mal alles erklärt ist schönen tag euch mit kunst